so ich bin heute auf der anderen seite deswegen habt ihr kurz mal wieder ein live show gesehen ich habe gerade noch gesagt mich stört das nicht aber man sieht man es hat doch seine gewohnheiten genau hallo und herzlich willkommen zu market roundup wir sprechen wieder über alles wichtige was in der letzten woche so passiert ist es ist wieder einiges passiert über einen großteil muss ich an der stelle sagen haben wir letzte woche schon gesprochen als wir ja den letzten black monday quasi hatten wir arbeiten das ganze aber noch mal gleich auf denn ich habe ein paar fragen dazu bekommen und ich möchte tatsächlich an der stelle einmal darauf eingehen kurz vorher noch einmal kurz in eigener sache weil auch da habe ich einiges dazu geschrieben es gibt den neuen finde und use blog und in diesem habe ich so ein bisschen was auch zu den letzten news rund um die letzte woche geschrieben was ist passiert wie in ja wirkt sich das aus auf investoren wie agieren sie und 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 also vieles vieles weitere findet ihr in diesem news blog da gibt es immer mal wieder updates dazu wie gesagt die ersten zwei artikel zu börsenparnik auch so ein was zur wie sich das wirtschaftsverhalten von taylor swift oder auch ausfälle von den konzerten auswirken könnt ihr euch gerne mal anschauen und wenn es dazu fragen gibt dann gerne auch hier stellen ich habe es gerade angesprochen abseits davon von diesen news habe ich ja letzte woche erzählt warum gab es eigentlich den crash oder was waren potenzielle auslöser dafür es gibt viele viele szenarien viele viele gründe wir haben teilweise diese rezessions sorgen wir haben teilweise das thema zinsen alles spielt irgendwie zusammen auch natürlich der nah ost konflikt der sich gerade so ein bisschen weiter aufbauscht oder er zumindest in andere sphären begibt und ich habe natürlich das thema japan auch an der einen oder anderen stelle etwas größer angeschnitten und dann kamen doch ein paar fragen wie ist es denn jetzt noch mal mit japan wie war das noch mal mit dem carry trade deswegen habe ich versprochen ich bringe es einmal kurz heute mit in unserem markt update und starte einmal ganz kurz damit was in der letzten woche denn in japan ein auslöser war oder zumindest ein auslöser da war dass sich das ganze am ende so aufgeschaukelt hat und zwar ja hatten wir in der letzten woche oder in den letzten jahren dann ein szenario was sich ungefähr so darstellen lässt das ist hier ist meine übersicht der chase bank und was man ganz gut sehen kann ist hier das kernprinzip eines carry trades und in der letzten woche haben wir darüber gesprochen dass einer der hauptauslöser dafür dass die börsen so volatil waren war der quasi kursverfall des jen des euro jen oder des euro dollar das heißt eine deutliche aufwertung des jen und warum das so signifikant ist zeigt eigentlich ganz gut dieses beispiel des carry trades denn der carry trade der hat an vielerlei hinsicht hat einen ja so einen schneeball ins rollen gebracht in der letzten woche oder auch schon in den wochen zuvor der dann irgendwie so ein bisschen explodiert ist aber um kurz den bogen zu spannen was genau ist ein carry trade denn das war die kernfrage die ich von euch bekommen habe ist eigentlich relativ einfach zu erklären und zwar ist es so ich gehe zum beispiel zur bank in japan und leih mir hier zehn millionen yen und diese zehn millionen yen die leih ich mir zu 0,4 prozent als beispiel pro jahr das heißt ich leih mir das geld ein jahr und am ende des jahres muss ich quasi 10,4 oder 10,00 wenn es ganz ausschreiben will 10 10 millionen 40.000 um es genau zu sagen in jen zurückzahlen also ich leih mir 10 millionen yen nach einem jahr muss ich 10 millionen 40.000 yen zurückzahlen was tue ich mit diesen 10 millionen jen ich konvertiere sie in us dollar zu einem kurs von 150 in dem beispiel habe dann aus dem rum aus der summe 66.667 us dollar die kann ich anlegen in us dollar am us dollar zinsmarkt zum beispiel zu fünf prozent pro jahr erhalte daraus dann am ende des jahres 70.000 us dollar die konvertiere ich wieder zurück zu 150 us dollar und erhalte am ende ja wie 10,5 millionen yen also 10 millionen 500.000 yen damit habe ich eine differenz erwirtschaftet von 460.000 das ist der klassische carry trade wäre in vielerlei hinsicht in vielen abgewandelten formen auch gemacht wird man kann noch zum beispiel auch die die staatsanleihen in japan schorten und 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 da gibt es x varianten im kern geht es aber darum dass man ein geringeres zinsniveau bei sich oder in einem land ausnutzt um in einem höher verzinslichen land zinsen zu erwirtschaften und was hier auffällt dieses ganze konstrukt ist natürlich in sich stimmig aber halt auch nur aus einem grund stimmig und das ist dass der yen kurs zum anfang und der us dollar yen kurs zum anfang und us dollar yen kurs zum ende halt exakt gleich sind in diesem fall die können natürlich auch ein bisschen schwanken und das tun sie immer wir wissen die bleiben nie gleich aber im kern ist es so dass ich natürlich hier ein ähnliches niveau brauche wenn sich das ganze jetzt dreht und zwar in eine andere richtung dreht und der us dollar yen kurs plötzlich rapide nach unten fällt oder der yen in dem falle rapide aufwerten würde dann wäre es natürlich so dass dieses gesamte konstrukt nicht mehr funktioniert weil ich zwar hier mehr zinsen erhalte aber zu einem schlechteren kurs zurücktauschen müsste und dementsprechend meine vier prozent zins differenz oder viereinhalb prozent 4,6 prozent sind differenz hier ja nicht mehr erwirtschaften könnte das heißt von dem startpunkt zu dem ich konvertiere bis zum endzeitpunkt darf der kurs in dem falle nicht um 4,5 prozent für mich ja gegen mich laufen jetzt haben wir gesehen wir hatten in der letzten woche teilweise 10 12 prozent kursverfall ich zeige euch das gleich nochmal hier an der stelle also wir hatten in der letzten woche 12 prozent kursverfall wir waren jetzt nicht bei einem niveau von 150 sondern bei dem noch höheren niveau von 175 euro yen in dem falle sind wir runter auf 150 und man merkt natürlich wenn man diesen trade wann anders angesetzt hat dann kann sich das ganze natürlich deutlich gegeneinwenden es kann sich auch für ein entwickeln das heißt in der zeit in der der kurs natürlich immer besser läuft oder immer höher läuft funktioniert der trade hat noch besser in diesem szenario funktioniert er halt deutlich schlechter und das im kern hat dazu angeführt dass halt viele große Hedgefonds angefangen haben diese position hier aufzulösen stück für stück aufgelöst haben bis es halt zu einem relativ deutlichen abschwung an der stelle gab das ganze hat den schneeball ja freigesetzt oder losgelöst das ganze kam ins rollen dazu die rezessions ängste in den usa das heißt eine doch weitere verschiebung potenziell noch mehr aufwertung des yen also all die gründe dazu bringen natürlich so ein Gesamtsystem ins rollen und ja dann kommt das hinzu was wir in der letzten woche schon besprochen haben es ist nur ein grund aber es ist ein grund der halt den ball so ein bisschen ins rollen gebracht hat wenn man jetzt nicht fragt ja dass die dass die zinspolitik sich in japan ändern das ist ja schon länger klar denn was das am ende losgetreten hat war natürlich diese leitzenserhöhung in japan im kern muss man sagen die ist schon seit anfang des jahres eigentlich am wackeln und seit märz sagt auch offiziell japanische am staatsbank das heißt es ist jetzt auch keine neuigkeit aber wie gesagt ein momentum was das ganze los geht habe ich zehn minuten darüber geredet es war aber wichtig da doch relativ viele fragen doch zu dem thema kamen wir schweigen aber noch mal ganz kurz rein in das gesamtthema markt und marktentwicklung wie hat sich das in der letzten woche entwickelt nach dem black monday über den black monday haben wir schon gesprochen das heißt wir hatten einen deutlichen kursverfall beim dax runter bis auf 17.000 punkte das ganze hat sich am ende wieder stabilisiert wir sind dann in den leichten aufwärtstrend hier trotzdem in dieser woche reingelaufen mit wir können schon von der stabilisierung so eine leichten erholung am markt sprechen gab es auch nicht viel brisantere news die irgendwie den markt deutlich stabilisiert haben wir hatten teilweise gute teilweise nicht so gute quartalszahlen im kern war es eher eine beruhigung nach der aufregung zu anfang der woche wie es ist bei der bundesanleihe da zeigt sich halt eigentlich ein bild was wir gerne sehen und zwar dass die bundesanleihe halt langfristig deutlich gefallen ist also das hier ist die rendite die langfristig gefallen ist das heißt wenn die hier weiter sinkt dann sinkt auch das ganze generelle zinsniveau und natürlich das was das alles ausgelöst hat die angst vor rezession in den usa und 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 natürlich auch die anhaltende rezession hier in deutschland all das führt dazu dass natürlich mehr zinssenkungen wahrscheinlich werden insbesondere wenn zinssenkungen global auch wahrscheinlicher werden das heißt wir hatten hier ein deutliches runter kommt der rendite auf knapp zwei prozent das ganze hat sich dann jetzt wieder erholt pendelt sich gerade so zwischen 2,2 und 2,3 prozent ungefähr ein ist aber damit deutlich unter den niveaus die wir natürlich zuletzt hier gesehen haben das hier mal als beispiel markiert der 15 juli also gar nicht so lange her da waren wir noch bei knapp 2,5 prozent wenn wir jetzt auf die langfristigen bundesanleihen im vergleich schauen und deswegen habe ich den chart hier auch nochmal mitgebracht dann sehen wir einmal hier abgebildet die zwei jahresrendite die zehn jahresrendite und die fünf jahresrendite der bundesanleihe und was wir grundsätzlich sehen möchten ist dass die zehn jahresrendite am höchsten ist die zwei jahresrendite am niedrigsten ist und die fünf jahresrendite so ein bisschen in der mitte steht dann haben wir nämlich ein normales zinsniveau eine normale zinskurve eine normale zinskurve entwicklung und diese normale zinskurve entwicklung ist eigentlich dafür bekannt dass sie die größte stabilisierung stabilität im finanzmarkt bringt denn im kern heißt es ich kann die banken können sich kurzfristig geld leihen oder ich kann mir kurzfristig geld leihen und langfristig zurückzahlen und die bank macht damit ein positives geschäft dreht sich das ganze bin ich eher dazu geneigt hat mein selbst mein geld sehr kurzfristig zu halten was nicht für investitionen spielt was wir halt gerade grundsätzlich sehen und deswegen habe ich das bild hier nochmal mitgebracht ist dass sich die kurven ganz grundsätzlich wieder annähern also wir sind hier auf einem niveau wo wir so langsam sehen können dass sich wieder eine normale zinskurve etabliert das ist noch nicht der fall da müsste die zwei jahresrendite noch mal deutlich nach unten kommen hier unter die fünf jahresrendite schlüpfen aber wir sehen die differenz war in der zwischenzeit schon mal deutlich höher und wir nähern uns jedoch ähnlichere niveaus an das spricht für ein normaleres zinsgefüge und dementsprechend auch wieder für eine stabilität des finanzmarktes wie es beim smp 500 auch hier muss man sagen sehen wir eine stabilisierung des smp 500 nach dem black monday wir haben hier einen tiefpunkt erreicht ungefähr bei 5122 punkten es hat sich intraday auch schon wieder erholt im kern hat die aus markt den markt am montag stabilisiert ganz grundsätzlich ist die woche dann noch mit einigen spannenden quartalszahlen zu ende gegangen kommen wir gleich noch mal zu im kern kann man sagen haben wir 78 prozent positive überraschungen der gewinne das heißt positive gewinn überraschungen über den erwartungen damit liegt man knapp über dem fünf jahres durchschnitt der nur bei 77 prozent liegt allerdings ist das gefälle doch etwas abfallend und im kern kann man sagen sind auch die ausblicke im kernproblem also die prognosen für das gesamtjahr wurden teilweise doch stärker revidiert und auch die höhe der gewinne die überrascht haben oder haben nicht wirklich überzeugt also im kern kann man sagen keine schlechten quartalszahlen aber jetzt auch keine großen überraschungen wir sind noch nicht ganz durch aber knapp über 90 prozent haben jetzt schon quartalszahlen vorgelegt was wir auch gesehen haben ist dass der wichs sich natürlich extrem gewandelt hat am letzten montag also wir sehen hier diesen extremen sprung nach oben bahnt sich oftmals an wenn ja der wichs so über die letzte zeit etwas nach unten tropft für alle die den wegs nicht kennen im kern wird hier die historische volatilität abgebildet das heißt wir haben einmal natürlich eine historische volatilität impliziert mit einer künftigen volatilität im kern gibt es also einmal den historischen wichs dann gibt es den wichs der denn die zukünftige volatilität abbildet also einmal die historische in kontrast zur impliziten was ich eigentlich im kern hiermit sagen möchte ohne dass wir zu technisch werden dass wir hier an der stelle einen extrem hohen intraday spike hatten das heißt wir hatten eine extrem hohe potenziell anspringende volatilität für die zukunft hier in dem impliziten wichs und in der stelle kann man halt sagen dass das überhalb der vergangenheit lag sogar ohne oberhalb der corona pandemie und ihr potenziell also so ein kleiner crash bevorstand den wir aber halt relativ gut hier aufgefangen haben wie sehr sieht es in der zehnjährigen us treasury aus also hier kann man an der stelle sagen ebenfalls ein deutlicher abschwung ähnlich wie beim bei der zehnjährigen bundesanleihe zu sehen noch tieferes niveau in dem tieferreich von 3,6 prozent dementsprechend auch deutlich über dem jahresbeginn tief das wir hier gesehen haben bei 3,8 prozent ungefähr und im kern geht es hier auch darum dass die zinsen natürlich immer schneller und immer wahrscheinlicher gesenkt werden denn die rezessions ängste in den usa werden doch immer deutlicher und das ist auch das was wir jetzt in den impliziten leitzenden erwartungen sehen das heißt in den impliziten erwartungen der veränderung der künftigen leitzenden und was man hier sehr schön sehen kann ist doch das deutliche zinsschritte jetzt mittlerweile erwartet werden sowohl bei der fed ja als auch bei der ezb deutlich auch unterhalb der zuletzt angedachten niveaus kann man hier sagen und dementsprechend ist das eigentlich ein positives signal dann auch für den kapitalmarkt wie sieht es beim dow jones aus ein bisschen weniger bewegung ich habe hier noch mal den 10 juni markiert es war ein ähnliches niveau was wir am black monday erreicht haben also kein so deutliches tief doch eine deutliche korrektur im kern der dow jones hat er eigentlich in der letzten zeit von genau dieser leitzins bewegung profitiert also dass der breite markt am ende wieder mehr profitieren kann denn einige unternehmen im dow jones auch wenn er sehr konzentriert ist spielen spiegeln ja genau diese lage weg da sie nicht ausschließlich so technologie lastig sind wie zb im nestek oder im smp 500 auch hier sehen wir eine leichte erholung generell war der defensive sektor hier weiterhin übergehend stabil und hier einmal der vergleich wie gesagt zum nestek 100 ebenfalls jetzt ungefähr einen monat vergleich zu sehen dritter juni in dem fall gleicher tag und hier gab es dann doch eine deutliche korrektur nach unten denn der nestek ist dann deutlich zinssensitiver deutlich volatiler auch natürlich an solchen tagen der chip sektor ist auch in den weiteren wochen sehr volatil gewesen wir haben das bei zb nvidia gesehen die zwischendurch immer mal fünf prozent im plus war fünf prozent im minus dann wieder fünf prozent im plus das ist doch relativ erstaunlich bei so einer aktie die doch mit einer so hohe marktkapitalisierung hat aber da merkt man so ein bisschen die aktuelle unsicherheit die am markt herrscht ja wer bei der übeltäter über den nicker haben wir schon gesprochen der ist hier im tief auch knapp sie zwölfeinhalb prozent gesunken hat sich dann am nächsten tag aber relativ deutlich wiederholt acht neun prozent im plus befindet sich jetzt hier wieder in dieser weiteren spannen mal schauen wie es dann wieder weitergeht grundsätzlich ist der nicker ja bekannt für diese seitwärtsphasen es ist eine stabilisierung wieder da weil auch der jen sich wieder stabilisiert hat es ist aber eine große diskussion gerade um weitere leitzins senkungen steht hier aber es geht eher um leitzinserhöhungen muss man schnell sagen in japan da wurden die zinsen ja angehoben es soll auch weiterhin eigentlich kleine schritte geben aber aktuell ist man ein bisschen vorsichtig weil der markt ja doch sehr in zwanken gekommen ist wie sieht es im hang seng aus da kann man sagen gab es mal wieder wenig bewegung irgendwie interessiert den hang seng gerade das geopolitische geschehen gar nicht so sehr wir haben vereinzelte stärkere bewegungen durch quartalszahlen gehabt zuletzt tencent mit positiven quartalszahlen wir haben auch einzelne positive wirtschaftsdaten die so eine leichte erholung implizieren der chinesischen wirtschaft und im kern kann man dementsprechend sagen dass wir uns in einem leichten aufwärtstrend hier befinden aber ja in relativ ruhigen fahrwasser gerade hier fahren was wir sehen können wir sehen so den abwärtstrend von hier oben und den aufwärtstrend von hier unten so ein bisschen aufeinander zu laufen das heißt hier könnte potenziell bald auch mal eine bewegung entstehen aus dieser schere hinaus hier oben hier oben hier oben hier oben